Ja, wir freuen uns, dass wir das Spiel vor der Länderspielpause gewinnen konnten. Ich glaube, es war ein intensives Spiel mit einem starken Gegner. Wir mussten voll konzentriert sein, mussten gut arbeiten und wir haben unsere Möglichkeiten noch vorne ausgenutzt. Und dementsprechend sieht es vielleicht am Schluss klar aus. Aber der Gegner hat uns schon auch das eine oder andere Problem bereit. Es ist schade, dass wir ein Verletzter ausstauschen müssen, dass die E-Mail raus muss. Wir sind noch ein bisschen abklären, was es ist. Und wir hoffen, dass es natürlich nichts Schlimmes ist, dass er weiter dann mit uns spielen kann. Wir haben sehr geplant, dass wir eine Verletzterung für die E-Mail-Aberkauf in der Schuhe des E-Mails. Das ist jetzt die Verletzungen. Wir wünschen, dass die Nachteile sind und die Werte sind gut, und die Werte sind gut, damit wir uns zu unterstützen, damit wir mit uns können. Der Zeitpunkt ist sehr wichtig für uns.